Vielen Dank für's Zuschauen. Es war bereits der dritte Sandsieg in Dortmund in diesem Winter. Und das sah wieder sehr gut aus. Man sollte ihn weiter im Auge behalten, den Emirati Spirits. Und das sah wieder sehr gut aus. Und das sah wieder sehr gut aus. Ja, der erste Sandsstart heute. Man hat es auch gerade probiert in Bremen. Vor ein paar Monaten heute erster Sandsstart. Hayek Klos ist ein Gewinn für das Gestüt aller Land. Trainiert von Peter Schirwin. Und zweiter Sieger ist heute von Philipp Linderwig. Wir gratulieren recht herzlich zum Sieg. Andreas Bietke, der Präsident vom Dortmunder Rennverein. Ab der Reich die Ehrenpreise übergeben. Philipp? Danke. Hallo. 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 Schütz vom Dortmunder Rennverein. Also viertes Rennen. B-B-B-German Toting Ehren. Ausgleich 2. Es gewinnt mit Höchstgewicht 60,5 Kilo. Beachtender Erfolg von Cäsarion. Besitz von Christoph Holzsprach. Trainiert von Henk Rewe. Geritten von Ian Ferguson. Wir gratulieren zum Sieg. Sein Applaus, Herr Nett. Ja, meine Damen und Herren, die Siegerehrung für das 5. Rennen. Mit der Reaktion für den Präsidenten vom Nordmunder Rennverein. Siegte ihn neu. Im Training war ein Willem Wunsch. Die Fahrt von Rita Rose. Und Siegreiser Daniel Korkow. Den Ratten hier zum Sieg von Loi. Und so lange gibt es auch schon... Sechstes Rennen der Sieg in die neuen Magic Princess. Die Santiago-Tochter. Im Besitz von Frau Hermaschel von Raikrone. Trainiert mit Stefan Hennein im Klappel. Wir gratulieren zum Sieg von Magic Princess. Und Andreas Kienke, der Präsident von Loi. von der Rennverein hat bereits die Ehrenpreise zu vergeben. Und 181. Ja, der letzte Sieger am heutigen Renntag. Endoran gewinnt ein Familienpferd. Hartmut ist der Besitzer der Vater und Andreas der Doktor, der Trainer. Und alles pflicht der Siegweite. Diefreid Eternahe der die Ehrenberin war ein William- metreiern, und schlpert der Erkammelheilung Video-ucha- suck. Und zwar nur noch das Bord